Was noch zu sagen gibt, ich sehe Besitzer und Trainer als Ulrich Borbant und auch in die Winner-Circle jetzt vorhanden, die gewinnt. Der ist in der Spiegel, der hat mich auf den Cheek, in Ulrich Borbant sich hintersetzt, damit gewinnt er heute. Und auch der Trainer ist dabei, und Ulrich Borbant hat seine Frau. Thomas wird in Ulrich Borbant noch nie geschlagen. Und Michael, ich habe gesagt, noch nie geschlagen, aber heute was auch nicht expandt, oder? Das Fert ist ein ganz, ganz tolles Fert, muss ich sagen. Wir sehen mit der Hand von Ulrich Borbant was zu tun. Auch zum Schluss, die letzten Mal, wie wir die Hand erstellen und auch durch die Hand nehmen, das in der Hand zu fassen. Also, ein ganz, ganz tolles Fert. Ich würde dich nicht fragen, dieses Fert zu vergleichen, zum Beispiel an Rotterdam, aber du hast einen guten Zweijährigen. Wir haben die in Berlin auch gesehen, in den Winner-Circle, die ist riesig besser. Auf jeden Fall, sie ist ein sehr, sehr guter Fert, würde ich ganz ehrlich sagen. Aber sie ist auch so heiß, sie ist so einfach, eigentlich ist schon perfekt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube schon, klar, dass sie so eine ganz, ganz gute Klinik. Aber ist da so, was die zu tun steht? Ja, das ist richtig. Und ich würde mich noch zu, zum Stadion in Europa, dem Haus Rimminger zu tun. Wir wollen mal gratulieren. Sie haben eine tolle Fert, Sie haben alle gesagt, das ist, glaube ich, der Rest den Weg hier gehabt. Ich glaube schon, es ist, glaube ich, der Rest des Europas Rimminger zu tun. Und ich glaube, wir haben eine tolle Fert, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich. Wolltwort, der Rest den Weg hier vor 그냥 zu tun. Also, ich glaube, ich habe es zwar ein Wort, das wäre ein Wort, das wäre ein Wort. Wahrscheinlich in Ihrem Zugebüten, die heute fahrt und wir wollen jetzt noch in den Cloud-Familien mitnehmen und da ist eigentlich gewisse Anwälte geplant. Und, Herr Freund, ich weise Sie an, man hat hier noch eingekauft, ich habe gesehen, man hat hier ein tolles Feld gekauft, was für ein Feld ist das? Na ja, das waren wir hier von der Hochschule Roto, das ist ein noch nicht bekannt, der Heinz, das werden wir viel mehr aus dem Video sehen müssen. Wir haben auch in Frankreich die Nähe geplant und in Schweden zwei, aber wir wollen jetzt für nächstes Jahr verteuern. Ihr seid gerade aufgestellt, ist es ja? Na ja, ich denke ja, wir haben reichlich gut gesperrt und vieler Mann ist es, glaube ich. Viel Erfolg, Herr Roland. Vielen Dank. Vielen Dank.